Im 24-Stunden-Schichtbetrieb für den Fracht- und Personentransport des Flughafen Linz hat die Hochverfügbarkeit aller IT-Systeme höchste Priorität. Mit dem End-of-Service der bestehenden Rechenzentrumsinfrastruktur erfolgte die Erneuerung der Server-Storage- und Backup-Lösung. Die hochverfügbare und redundante Lösung basiert auf HPE-Dreipass-Storage-Systemen. Zwei getrennte Rechenzentren sorgen für nahtlose, unterbrechungsfreie IT-Services, die durch die synchrone Spiegelung laufend über denselben Datenstand verfügen. Das Storage-System bietet mit 24 TB-Effektivem Speicher ausreichend Platz für zukünftige Entwicklungen. Die Backup-Lösung basierend auf VM überzeugt mit drastisch reduzierten Backup-Zeiten von maximal einer Stunde sowie der einfachen Benutzeroberfläche und kann von den IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbstständig administriert werden. ACP – IT for Innovators